Sag mal, kannst du mal aufhören, so mit mir zu reden? Ich kann auch ganz anders mit dir reden, Freundchen. Warte, ich helfe dir ein bisschen. Was ist das? Warte, ich noch mal einen Techniktest. So, die Klappe funktioniert. So, los geht's, Achtung. Meine Lieblingsstotte. Man sieht voll deine Lippenbewegung. Oh. Meine Lieblingsstotte ist Frederic. Checker. Was machst du da? Ich rede für dich, jetzt siehst du mal, wie das ist. Komm, Hand aufs Herz. Wer ist deine Lieblingsstotte? Ach, Frederic. Ja, hat Frederic gesagt. Tschüss. Tschüss.